Hallo und guten Tag. Heute ist der 20. September 2023 und es gibt wieder mal was Neues aus Teneriffa. Die interessante Ruine der Kirche San Agustin in La Laguna auf Teneriffa. Die zum Exconvento de San Agustin, ehemaliges Kloster San Agustin, gehörende Kirche wurde 1964 durch ein großes Feuer zerstört. Bisher wurde die Kirche nicht wieder aufgebaut, sondern steht als Gerippe in der Kalle San Agustin, Nummer 48. Es stehen im Prinzip nur noch die Außenmauern sowie die Säulen mit den Bögen, welche das Hauptschiff von den beiden Nebenschiffen abgrenzen. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Ruinen der alten Kirche und deren Öffnung für die Öffentlichkeit begannen Anfang 2022, nachdem sie für 845.209 Euro vergeben worden waren. Ein Projekt, das, wie der Stadtrat damals erinnerte, auf das Jahr 2005 zurückgeht, obwohl die Ausführungsprojekte bereits Ende 2009 in der Abriss- und Konsolidierungsphase sowie in der Sanierungsphase übergeben wurden. Allerdings dauerte es bis 2016, als die Änderung des Projekts zur Anpassung an die aktuellen Vorschriften, die den Zugang zum Innenraum ermöglichen, dem Stadtrat im Oktober desselben Jahres vorgelegt wurde. Die Umsetzung wurde jedoch erst Anfang 2022 realisiert, als mit den Arbeiten begonnen wurde. Der allgemeine Preisanstieg im Bausektor und verschiedene notwendige Anpassungen im Laufe der Arbeiten führten jedoch zu einer Verlangsamung, die bis zur Genehmigung der Änderung der Arbeiten eingestellt bleiben. Nun wartet man auf die Änderung des Arbeitsprojekts durch den Entwurfsarchitekten, so der Stadtrat. Adolfo Cordobes, Leiter der Stadtratsarbeit, das seiner Meinung nach in den nächsten Tagen vorgelegt wird. Der Stadtrat erklärte, dass am ursprünglichen Projekt mehrere Änderungen vorgenommen werden mussten, die sich hauptsächlich auf die Einrichtungen und einige Anpassungen beziehen, die bei dieser Art von Sanierungsarbeiten üblich sind. Vor Monaten wurde auch davon gesprochen, dass eine Anpassung an den aktuellen Anstieg der Material- und Transportpreise erfolgen müsse, der in der gesamten Branche weit verbreitet sei. Sobald das Gebiet das geänderte Projekt erhält, muss dieses vom Dienst für das Historische Zentrum der Stadtplanungsverwaltung und von der Denkmalkommission des Cabildo genehmigt werden, um schließlich den Vertrag mit dem Unternehmen zu unterzeichnen, das das Projekt durchführen soll, damit die Arbeiten wieder aufgenommen werden, erklärte Adolfo Cordobes weiter. Daher können derzeit noch keine neuen Fristen für die Öffnung dieses Raums für Nachbarn und Besucher festgelegt werden. Amen.